Zentrales Thema bei Stiebel Eltron in diesem Jahr ist unsere Kampagne Wir sind Ihr Heizungspartner. Dekarbonisierung im Wärmemarkt ist ein Riesenthema, ist mit Greta Thunberg weltweit ein Riesenthema gewesen, ist mit den Fridays for Future Demonstrationen in Deutschland auch immer mehr, immer wichtiger geworden und spielt natürlich jetzt eine immer größere Rolle, insbesondere auch um noch unabhängiger zu werden von fossilen Brennstoffen. Stiebel Eltron ist der richtige Partner für das Fachhandwerk, das in dieser Wärmewende in Deutschland eine riesige Rolle spielt, eine ganz wichtige Rolle spielt, weil wir ausschließlich auf Wärmepumpen setzen und weil wir für das Fachhandwerk Weiterbildungsqualifizierungsmaßnahmen anbieten, tolle Programme anbieten und natürlich auch hervorragende Produkte.